Mein Name ist Christian Petsch, ich bin Küchenfachberater und Verkäufer in allererster Linie bei uns im elterlichen Unternehmen. Und ich liebe es, Küchen zu verkaufen. Was hat mir der 100% Club gebracht? Und zwar, er hat mir eins gebracht, eine Bewusstwerdung von vielen Prozessen. Das heißt, vieles, was ich vorweg schon automatisiert, oftmals gemacht habe, wurde bewusst und lief nicht mehr nur unbewusster. Also, ich hatte viel bessere Kontrolle bei dem, was ich wie angehe. Es war also kein reines Zufallsprodukt mehr, der Verkauf, und dadurch ist es viel besser steuerbar für mich gewesen und Erfolg ist halt produzierbar. Meine Abschlussquote ist definitiv nach oben gegangen, und zwar um ca. 10%. Ich hatte schon eine sehr, sehr gute Basis gehabt, aber was für mich phänomenal ist, ich brauche keinen zweiten oder dritten Termin, um das Ganze zum Abschluss zu bringen, sondern ich habe meine Abschlussquote beim ersten Termin um fast 60% gesteigert. Was mir auf der anderen Seite einen Plus an Zeit und der Möglichkeit, andere Kunden neu anzusprechen, wiedergegeben hat.